Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Wir haben hier einen vollgefressenen Stu, der die Moderation nicht übernehmen möchte. Deswegen reißen wir das Ruder an uns und ignorieren, der darf jetzt gar nichts mehr sagen hier. Nämlich, heute, Cécile n'est pas une critique, das ist keine Kritik, weil wir wollen hier nicht kritisieren, wir wollen hier eruieren, distributieren und uns fragen, was zur Hölle das eigentlich bedeutet. Und zwar sprechen wir heute über den Film The Florida Project. Genau, wir haben vorhin noch diskutiert, heißt der Florida Project oder The, aber es ist tatsächlich ein The dabei. Und ich würde gerne von euch wissen, weil meistens ist ja so, dass ihr die Filme vorschlagt. Und was heißt von euch, heute ist ja nur Max dabei und Stu muss noch verdauen. Warum habt ihr, hast du den Film ausgesucht? Ich habe den gar nicht ausgesucht. Für unser Projekt. Okay, Stu, es tut mir so leid, du musst kurz aufhören zu verdauen. Kannst du uns bitte sagen, warum du diesen Film ausgesucht hast? Ja, weil ich ihn sehr schön fand und ich meine, wir hatten uns mal drüber unterhalten über harte Szenen mit Kindern im Film. Also wenn Kinder zum Beispiel sterben, du hast ja mal gesagt, das kannst du nicht sehen, was ich auch verstehen kann. Und dann habe ich halt irgendwie überlegt, ich lasse ja gerne meine Freunde und Freundinnen gerne ein bisschen leiden. Und dachte, mit welchen Film können wir hier mal besprechen, wo Kinder in Anführungszeichen leiden, ohne zu sterben. Und dann habe ich noch ein bisschen weiter gedacht und kam dabei irgendwann auf The Florida Project, auch über andere Umwege. Cool. Und dann dachte ich mir halt, boah, der Film ist super, ich glaube, der wird schlugger gefallen. Und vor allem möchte ich den gerne nochmal sehen, weil er diese famose Schlussszene hat. Und dann habe ich überlegt, ist der für CC brauchbar? Kann man da wirklich Sachen reininterpretieren? Und dann habe ich mir gesagt, so ist mir egal, ich werde mich eine halbe Stunde vor Aufnahme vollfressen und sollen die beiden Klatschkasper das machen. Ja, ich habe tatsächlich den Film, ich habe ihn in zwei Sessions geguckt, weil ich meine Kinder gerade da habe und immer nur so abends ein paar Minuten für mich habe. Und nachdem ich die erste Dreiviertelstunde gesehen habe, dachte ich nur, oh mein Gott, das kann ja nur schrecklich enden. Das wird mich absolut runterziehen, das wird der größte Downer. Ich hatte einen richtigen Scheißtag mit den Kindern, habe mich gefühlt wie die schlechteste Rabenmutter und habe den Film dann gesehen. Und darüber muss ich mit euch sprechen, auf jeden Fall auch. Denn in diesem Film geht es ja um die Beziehung von einer Mutter und einer Tochter und um diese interessante Frage, wie findet ihr den Erziehungsstil von dieser Mutter? Erziehungsgradgeber von Stu und Max oder wie? Das ist der Untertitel dieser Story. Zwei Männer und eine Mutter oder sowas. Zwei Männer und kein Baby, aber... Zwei Männer, eins Mutter, null Beben. Ihre Mutter heißt ja Hallie, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ich würde sagen, es gibt Mutter Beimer und es gibt Hallie. Das sind so die zwei Übermütter, die mir jetzt spontan einfallen, wenn ich an den Begriff Mutter denke. Nee, Quatsch, die ist schon... Ich bin halt da hin und her gerissen, weil zum einen finde ich, dass sie schon hin und wieder versucht, ihr Mögliches zu tun, um ihrer Tochter ein solides Leben zu geben. Man muss ja ganz klar sagen, die leben halt schon sehr krass nah an der Armutsgrenze oder vielleicht sogar darunter. Auf der anderen Seite macht sie auch Dinge, wo ich mir denke, ja Kind, dann muss ich dich wundern, wenn alles scheiße läuft. Aber vielleicht, ich möchte ja hier nicht Moderation an mich reißen, aber vielleicht sollten wir mal kurz auch erklären, worum es in dem Film überhaupt geht. Ja, du meinst mehr als um die Beziehung zwischen der Mutter und der Tochter, habe ich auch gerade gedacht. Und da wir jetzt schon viel geredet haben, Moment, du meintest mal, Max kann nicht gut zusammenfassen. Sollen wir es riskieren oder lieber nicht? Das ist dein Podcast, also... Nein, das ist dein Podcast. Also ganz ehrlich, kriege ich Kohle von Schloggi dafür, dass ich diesen Podcast hier mitmache, dann ist es nicht ihr Podcast. Sondern es ist immer noch der von Chef Andi, den wir hier eingespielt haben. Bitte, Andi, fasst doch mal zusammen, um was es in der Florida Project geht. Hallo und herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch. Florida ist warm. Die Leitung ist ganz schlecht. Wer ist dran? Okay, das hat leider nicht geklappt. Wie wäre es, Max? Ah, die Leitung ist schlecht, da mache ich sie, ja. Okay, also wir sind in einem, was ist es? Oh Gott, hier ist du, ich sehe schon, was du meinst. Okay, also es geht um eine junge Mutter namens Hallie und ihrer Tochter namens, den Namen weiß ich nicht, ist egal, wie sie ist. Muni. Muni, Munika Lewinsky. Und die wohnt in einem Motel direkt neben dem United Kingdom, nee, nicht, Magic Kingdom. Disney World. Disney World, ja, Magic Kingdom. Wohnt da daneben und was eben so dieser schöne Glamour der Disney-Welt da an der Nachbarstür ist, genauso arm und armutsvoll lebt es sich hier auf dem Motelgelände. Und das Motelgelände ist für das kleine Mädchen so, ja, der eigentlich das gesamte Universum, da wird gespielt. Das ist nicht nur gewohnt, sondern da wird auch gespielt, da wird allerlei schabernackt mit den Nachbarskindern getrieben. Und, ja, im Prinzip geht es darum, dass Sean Baker da den Lebensalltag dieser, ja, alleinerziehenden Mutter plus Kind aus, ich würde sagen, der Sicht des Kindes, ja, erzählt und zeigt. Und Willem Dafoe spielt auch noch mit als Manager des Motelkomplexes, der dann ab und an mal die Scheiße wieder wegräumen muss, die die Kinder und die Mutter da fabrizieren. Ja, super. Wie scheiße war das jetzt? Das hätte schlimmer sein können. Ich habe es nicht gehört wegen der Lautstärke, aber ich glaube, es war gut. Genau, das heißt wir zu der Frage, genau, die Armutsgrenze. Also sie leben an der Armutsgrenze gefühlt ja schon, weil sie jeden Monat es nicht sicher ist, dass sie ihre Miete bezahlen können. Also sie leben von der Hand in den Mund sozusagen. Naja, das sind Sozialfälle, würde ich sagen. Also die Mutter versucht ja auch immer wieder Hilfe anzunehmen, aber sie hat ja auch so einen gewissen Stolz, den sie ja auch manchmal nicht überwinden kann. Und wenn sie ihn überwindet, dann ist es auch faktisch sehr nicht einfach. Und dieses ganze Milieu, in der das spielt, ja, polemisch ausgedrückt, Assis. White Trash, glaube ich, sagt man in den USA dazu. Und das Schöne, also das Schöne, das Interessante ist ja einfach diese Spiegelung, weil sie halt wirklich dieses Disneyland Resort Florida vor der Tür haben. Also quasi dieses Traumschloss vor der Tür. Und das Interessante ist ja auch, dass sie teilweise dadurch auch mit Geld verdienen. Also sie klauen ja teilweise irgendwelche Armbändchen von diesem Freizeitpark und verkaufen das dann schwarz weiter. Und all diese, also diese, diese, diese Gegenüberstellung von dieser, einmal dieser kitschigen, heilen Traumwelt und dann darüber halt eben die, die harte Realität. Und ist halt schon spannend. Und was ich halt auch total spannend finde, ist, dass Moony zumindest zu Beginn des Films gar nicht richtig versteht oder registriert, wie sie eigentlich lebt. Dass es eigentlich ein viel, viel besseres Leben gibt. Die kennt halt nichts anderes. Für die ist das halt einfach ihr eigenes Königreich. Sie hat ja auch dieses Spiel mit ihrer, mit ihren Freundinnen. Dazu auch, erklärt ja auch diese Jansi, mit der sie ja diese letzte schöne Schlussszene hat. Und das ist ganz interessant, weil ich auch finde, dass es da so eine Entwicklung stattfindet, dass Moony nach und nach halt auch immer so ein bisschen mehr begreift, in welcher Situation sie eigentlich lebt. Findest du, wie, wie, wie findest du? Das habe ich gar nicht so herauskristallisiert gesehen für mich. Also es ist jetzt nicht so, dass da jetzt plötzlich so ein Heureka, wir sind ja arm. Das nicht. Aber zum Beispiel am Ende, wenn sie halt registriert, ich greife da vorweg, dass sie sehr vermutlich im Jugendamt weggenommen wird und weg ist. Ich finde, da ist schon sehr ersichtlich, dass das eine Moony ist, die da schon reflektiert darüber nachsehen kann, was als nächstes passieren wird. Okay, aber das ist ja am Ende vom Film. Aber es klang gerade bei dir so, als würde sie so eine Reise durchmachen, in der sie mehr und mehr Stationen abläuft und merkt, okay, das ist eine glückliche Familie. Nein, das nicht. Aber man merkt halt schon, finde ich, es passieren halt Sachen in ihrem Umfeld, wo sie dann nach und nach auch dadurch registriert, es ist nicht alles super. Wenn zum Beispiel eine ihrer Freunde umzieht und der Vater ihm halt eben sagt, du kannst nicht deine ganzen Spielsachen mitnehmen. Und der Junge halt außer sich ist und da wirklich Tränen über Tränen vergießt, weil er halt nicht alle seine Spielsachen mitnimmt. Das ist doch toll für die Kinder, weil der Vater sagt ja dann, wir können die nicht mitnehmen. Hier, nehmt euch alle anderen Kinder der Nachbarschaft, ihr könnt die haben. Nehmt euch alle anderen Kinder der Nachbarschaft? Nehmt euch alle anderen Kinder der Nachbarschaft. Nehmt euch die Spielsachen, die wir nicht mitnehmen. Ach so, ich wollte schon sagen. Okay, aber Stu, du hast gesagt, du hast den Film ausgesucht, weil du was wolltest, wo Kinder nicht sterben, aber zumindest leiden. Das heißt, es ist eine eindeutige Entscheidung, ob du diese Erziehung gut oder schlecht findest. Also ich finde, traurige Kinder sind ein Gewinn für jeden. Leute, was sind das hier für Unterstellungen? Das hat er gesagt. Das ist ja wie bei Anne Will hier, was du da praktisch zwischen den Zeilen da rein interpretierst. Das ist eine ganz klare Aussage, wie du Erziehung siehst, du. Nein, es ging einfach nur darum, dass du mal gesagt hast, ich paraphrasiere, dass du nichts angucken kannst, wo Kinder wirklich leiden. Und wo ich mir die Frage gestellt habe, ich will ja jetzt dir keinen Film vorsetzen, wo wirklich Kinder abgeschlachtet werden, aber zumindest einen Film zeigen oder dir zu sehen gehen, wo es wirklich um Kinder geht, die halt eben nicht, sag ich mal, wohlbehütet aufgewachsen. Also ein Drama, wo nicht alles eitel Sonnenschein ist. Genau, aber genau, du hattest vorhin das Verb leiden benutzt und das finde ich eben interessant, darüber zu sprechen. Diese Muni, und da müssen wir jetzt drüber diskutieren, ich finde, die wirkt eigentlich ziemlich glücklich. Ja. Ja. Und verzogen. Weil sie halt eben ein Kind ist und deswegen als Kind einfach so doof ist, um zu begreifen, was los ist. Ja, aber auch die Beziehung zwischen Mutter und Tochter, auch die wirkte sehr, also die wirkten sehr harmonisch zusammen. Die sind ein eingespieltes Team, die Mutter wirkte so, als würde sie die Tochter wirklich lieben, also irgendwie. Ja, aber findest du, das war ein Mutter-Tochter-Verhältnis? Du meinst, es war eher ein freundschaftliches Verhältnis? Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, dass die Mutter halt praktisch den Teil des Mutterseins ein bisschen weglässt, der die, ja, so eine Art, du musst auch mal einen Konflikt mit deinem Kind austragen können. Ja, auf jeden Fall. Da sieht man nämlich ganz toll am Beispiel, dass du, du kannst nicht immer der Freund deines Kindes sein. Du musst manchmal gemein sein, du musst fies sein, du musst dem Kind Dinge verwehren und das macht sie auf jeden Fall nicht. Denn die, die flucht ja vor dem Kind, die sagt, keine Ahnung, twerken ist geil, sie raucht vor dem Kind, sie säuft, sie filmt Unfälle, sie geht einfach raus, wenn das Kind schläft. Also sie ist auf jeden Fall keine tolle Mutter. Ich fand es nur so faszinierend. Und du sollst ja die Mutter nicht hassen. Also es wird jetzt nicht hier schwarz-weiß dargestellt, guck mal, wie scheiße die zu ihrem Kind ist, sondern das Kind wirkt bei aller schlechten Erzählung in Anführungsstrichen, aber wobei es das ja wahrscheinlich zum Großteil eindeutig ist, es wirkt sehr glücklich, fand ich. Ja, ja, also die, ich meine, wie gesagt, das ist dieses, ich war schon lange kein Kind mehr. Das ist eben das. Und ich weiß nicht, wie wenig Kinder eigentlich brauchen, wenn sie viel Fantasie haben. Wenn sie Fantasie haben. Ich könnte mir ganz einfach, ja, ich kriege jetzt ein Kind. Oh, hier ist eins. Wie fühle ich mich jetzt? Ach scheiße, ich bin ja gar nicht das Kind. Das Kind ist ja das Kind. Oh Mist, umsonst Kind gekriegt. Jetzt habe ich ein Kind, ja. So, nee, jetzt mal Spaß beiseite. Kinder sind ja, also ich finde, die haben ja, das wirst ja du als Mutter auch wissen, dass deine Kinder irgendwie so ganz gewisse kreative Anfälle manchmal haben, in Anführungsstrichen, wo du dich dann fragst, hä, in welcher Welt befinden die sich jetzt eigentlich gerade? Ja, da habe ich auch super Beispiele. Also du kaufst den Kindern die geilsten Spielzeuge oder für eine lange Zugfahrt packst du die krassesten Entertainment-Sachen ein und dann spielen die einfach zwei Stunden mit dem Geschenkband, was sie in der Drogerie noch schnell an der Verpackstation kurz abgeschnitten haben vorher. Genau das. Genau das sind die Dinge. Echte Begebenheiten, ja. Und das ist eben, also der ganze Film zeigt eigentlich mehr oder weniger ist so eine Aneinanderreihung von Spielen, die dieses Kind spielt. Ich meine, es ist jetzt nicht so extrem wie jetzt bei, was weiß ich, wo die wilden Kerle wollen oder so, wo du dann so eine Ebene bekommst, die dann ganz klar sagt, jetzt bist du in so einer Fantasiewelt. Ich glaube, die Fantasiewelt, die muss man sich in dem Film einfach immer denken, da muss man mehr oder weniger selbst als Zuschauender die Transferleistung bringen und sagen, was könnte jetzt dieses Spiel hier wieder sein. Aber so im Prinzip ist es eigentlich nichts anderes als, ja, spielen ohne Spielzeug oder spielen ohne Luxus, ohne Reichtum, ja. Ja, man sagt ja oft, dass Kinder Langeweile empfinden müssen im Alltag, weil die modernen, vielleicht ein bisschen besser situierten Eltern ihre Kinder ja dauernd unterhalten wollen mit, keine Ahnung, Spielsachen oder mit irgendwelchen Nachmittagsprogrammen, dass aber die Literatur sagt, Kinder müssen Langeweile haben, damit sie überhaupt eben die Kreativität entwickeln müssen für sich selbst. Und das sieht man ja bei Muni ganz stark und ihren Freunden. Also die Mutter, ich weiß, wir wissen nicht, was die den ganzen Tag macht. Auf jeden Fall sind die Kinder, ist ja auch in Florida, also es ist auch gutes Wetter, die sind einfach den ganzen Tag draußen unterwegs, unbeaufsichtig, laufen ewig weit weg, keine Ahnung wohin und sind sehr selbstständig dadurch auch. Also definitiv. Ja, aber weil du es nicht würdest oder weil du es nicht solltest? Das finde ich immer interessant. Was kommt denn da zuerst? Da fragst du jetzt natürlich mit mir den absoluten Elternprofi, der, nee, also ich unterhalte mich da schon auch öfter mal mit meiner auch kinderlosen Freundin und wir werden irgendwann mal ein Buch schreiben über Eltern, glaube ich. Über Eltern, die ihr beobachtet so im Alltag? Ja, genau, die wir beobachten so im Alltag, weil das ist tatsächlich so eine kleine, ja, so ein kleines Gesprächsthema, das wir dann schon immer haben, wieso machen die das und bla bla bla. Ich finde ja, ich finde ja, ich finde ja, dass wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann verändern sich eben auch die Freunde und werden zu Eltern oder so und das ist ja dann auch oft, ja, manchmal sieht man da Seiten, die man sonst nicht geglaubt hat sehen zu müssen. Aber das ist jetzt egal. Auf was wollte ich denn hinaus, ob ich das machen würde? Also ja, ich glaube, ich wäre da eher schon ein bisschen chilliger unterwegs, glaube ich. Also ich würde jetzt wahrscheinlich das Kind nicht unbedingt mit vier oder fünf irgendwie rumlaufen lassen. Aber wenn das Kind so in so einer Kindergang irgendwie unterwegs wäre, glaube ich, hätte ich weniger Probleme damit. Wie alt ist Moni denn? Ist die acht? Ich würde sagen, die ist so sieben, acht, hätte ich jetzt gesagt, ja. Es wird, glaube ich, einmal gesagt, dass die Schulferien haben. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die, ja, ob die vielleicht Preschool auch damit meinen oder so. Ich kann das immer ganz schlecht einschätzen. Oder auch irgendwie drei Monate Sommerferien, ne? Von daher könnte das schon passen. Und ob, ja, gehen die überhaupt zur Schule? Ja, müssen sie ja wahrscheinlich, ne? Das ist die andere Frage. Und dieses Du, was du meintest, dieser Kontrast, dieser schöne, schöne in Anführungszeichen, zwischen Disney World und dem Motel, der, so wie du erzählt hast, so klar war der auch nicht. Also, wir kommen ja nicht in das Motel und es wird gesagt, hier nebendran ist Disney World, sondern das wird irgendwie so durch Nuancen plädert sich das langsam auf bis eben zu diesem Ende. Es ist halt so, also ich wusste das im Vorfeld halt schon, weil ich mal ein Interview gelesen habe mit dem Regisseur, der halt das auch erwähnt hatte. Es stimmt schon, du hast im Film jetzt nicht so, dass der Film damit anfängt, dass du das große Disney-Storf siehst und die Kamera zoomt zurück, bis du dann im Motel bist. Das, sowas ist es nicht. Aber wenn du es halt weißt und dich ein bisschen damit auskennst, was es natürlich nicht gegeben ist, aber jetzt aus meiner ganz perspektiven Perspektive, finde ich, ist es schon immer so im Hintergrund. Du siehst es ganz oft so im Hintergrund, dass da irgendwas ist und ich finde auch dieses Gefühl ist dadurch eben da. Echt? Nee, hatte ich gar nicht. Es wurde ja erstmal, kamen ja die Touristen und dieses Ehepaar, was aus Versehen im falschen Hotel gebucht hat und da dann landet. Und da habe ich es dann schon verstanden. Und auch natürlich, als es dann darum geht, dass sie diese, die sie jemandem geklaut hat, diese Eintrittsticketsbänder, da war es dann offensichtlich. Aber es wird nie gezeigt. Wobei da der Name Disneyland ja glaube ich auch nie fällt, oder? Aber das ist doch auch so, dass eine erste Szene, glaube ich, ist, dass man irgendwie auch so einen Laden sieht, wo irgendwie Disney-Depotionen verkauft werden. Oder ja, das kann sein. Aber ich glaube, dass diese Gegend, die ist in den USA, glaube ich, bekannter als bei uns. Also der Witz ist ja, ich war da ja sogar schon mal. Ich war schon da in Disney World. Vielleicht hätte ich es erkennen müssen. Nee, aber was Marc sagt, ist ja richtig. Also in Florida ist Disney wirklich einer der, glaube ich, der größten Arbeitgeber, die es überhaupt gibt in diesem Bundesstaat. Und das hat eine ganz andere Gewichtung. Also ich glaube, bei uns zum Beispiel, hier, Rüsselsheim und Opel oder so. Das gleiche ist halt hier mit Florida. Oder Rusht oder Europa-Park. Oder das, genau. Das ist halt einfach, glaube ich, einfach abhängig. Ich glaube, wenn du in den USA wohnst oder in Florida, glaube ich, dann weißt du das sofort. Ja, oder du arbeitest für die Space Station, für die Raumfahrt. Das kann sein, aber so viele Leute können auch nicht für die Raumfahrt arbeiten, glaube ich. Nee, was sind das? Fünf? Wie viele braucht man, um so ein Raumschiff zu steuern? Von dem machen wir schon das Florida-Projekt. Einer, der es baut und einer, der es fliegt. Also zwei. Ja, also ich wollte nur sagen, ich fand das, ich wollte da die Schleife finden, wie dieser Film so ganz, der macht ja gar nichts so direkt klar. Also der erzählt in so, hat Max, glaube ich, gesagt, der zeigt immer so Szenen und da werden immer so kleine Sachen angedeutet oder mehr oder weniger dann später eindeutig gezeigt. Und das fand ich richtig cool. Also dass der, der kaut dir nicht alles vor und der wirft so Fragen auf. Und dann fragst du, hat der gerade, ist der gerade? Und das baut sich so langsam auf. Das fand ich bei dem Disney World dann für mich dann eben auch, weil ich es nicht vorher wusste. Ja, ich meine, du kriegst ja, das ist ja das, ich glaube, deswegen hast du da in gewissem Maße auch recht, dass das vielleicht unter Umständen auch die Intention der Regie hat sein können. Weil ich meine, das letzte Bild ist ja das Prinzessinnen-Schloss von Disney, das große Trademark. Genau, was ist denn die letzte Story? Was passiert denn da? Wie führt es, das darfst du jetzt machen, Stu. Wie führt, wie kommt es dazu und was ist, wie endet dieser Film denn eigentlich? Abspann. Ja, super, danke. Crazy. Viel besser als Mark. Schwarzer Hintergrund, weiße Buchstaben. Von oben nach unten? Können wir diesen Buchstaben irgendwie auseinandernehmen? Was bedeuten sie? Ist da eine geheime Nachricht drin? Nein, bitte, Stu, komm. Also, es ist halt so, dass Hayley Ärger hat mit dem Jugendamt und dann sich abzeichnet, okay, das Jugendamt wird das Kind so oder so halt mitnehmen und das bekommt Mooney halt mit und haut ab zu ihrer besten Freundin Jansi und erzählt ihr halt eben unter Tränen aufgelöst, dass sie halt die Befürchtung hat, dass sie weggenommen wird und dass sie Jansi, ihre beste Freundin, nie wiedersehen wird. Und Jansi ergreift dann ihre Hand und plötzlich passiert das, was zuvor eher selten im Film passiert ist, nämlich, dass er sehr, ich sag mal, dynamisch war und die Kamera verfolgt die beiden. Es sind zwar Schnitte dazwischen, ganz klar, aber es wirkt trotzdem wie so eine fließende Bewegung, wo die beiden, also Jansi hat Mooney in der Hand und zerrt sie so hinter sich hin und sie rennen halt durch die Straßen, durch, und dann sind sie plötzlich im Disneyland. Und das Letzte, was wir sehen, ist, dass sie Richtung dieses Schlosses rennen und dann ist der Film vorbei. Ja, also offenes Ende. Das ist doch wunderbar für uns. Was bedeutet das? Naja, gut, also gehen wir mal von der langweiligen Variante aus. Sicherheitsdienst, die Kinder werden eingefangen und das war's dann. Er schießt sie, das sind zwei arme Kinder. Und die märchenhafte Version ist, die Kinder rennen ins Schloss und leben dann von nun an dort als Prinzessin. Dort, genau, im Geisterbahn. Nee, also ich meine, so schön und offen das Ende ist so, sagen wir mal, es ist wahrscheinlich nur offen für, für, sagen wir mal, die Fantasie. Für das, was jetzt praktisch die Realität liefert, glaube ich, ist es schon relativ klar. Die laufen ja jetzt auch im Prinzip nicht auf einen Wasserfall oder sowas zu oder wie Thelma und Louise auf eine Schlucht. Ja, ja, sondern die laufen und das Schloss ist auch noch ein bisschen weg von dem her. Also die, 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 ich glaube, die Zukunftsaussichten, dass sich ein siebenjähriges Kind da jetzt für den Rest seines Lebens mit seiner besten Freundin da drin verbarrikadieren kann, dann irgendwie Ärztin wird oder so. Ich glaube nicht, dass das sehr real ist. Okay, dann andersrum. Ich glaube, es ist relativ logisch, warum die Kinder da wegrennen, warum sie das machen. Aber warum hat der Film, warum zeigt er uns diese Szene? Und das noch als letztes. Ich muss jetzt mal ein bisschen so gegen meinen sonstigen Ruf sein und sage, ich finde, dass der Film mir damit so ein bisschen eine gewisse Hoffnung suggeriert. Weil dieses Schloss steht ja für was Märchenhaftes und sie haben es ja geschafft, dort hinzukommen und zwar gemeinsam. Ich habe es immer so gelesen und interpretiert, dass ja, klar, Muni wird jetzt nicht, wie Max sagte, Ewigkeiten und drei Tage da im Schloss leben. Die werden vermutlich beim Sicherheitsdienst oder haben nach einer Stunde keinen Bock mehr und gehen nach Hause. Aber es zeigt mir trotzdem, dass es halt möglich ist, dass da vielleicht auch noch eine Zukunft ist, dass es eben besser wird für sie. Weil sie hat es ja bis zum Schloss geschafft. So habe ich es immer gelesen. Und zwar mit Unterstützung ihrer Freundin. Dass es so als Lesart ist, dass sie es gemeinsam schaffen können, auch wenn da diverse Hörungen im Weg sind. Und das erinnert mich halt ein bisschen an den Vorgängerfilm vom Regisseur, den Tangerine, wo es um zwei, ich bin mir gerade unsicher, ob es zwei Transsexuelle waren oder einfach nur zwei Crossdresser. Und da ist das Ende auch ähnlich, dass man weiß, okay, das wird echt nicht gut enden gerade, aber es endet trotzdem mit so einem kleinen Hoffnungsschimmer. Und ich finde, das macht der Baker in allen Filmen, die ich von ihm gesehen habe, immer, dass du am Ende immer das weißt, okay, es wird für den Protagonisten und die Protagonisten nicht gut ausgeben. Sondern sie werden jetzt echt eine scheiß Zeit haben, wenn der Abspann vorbei ist und wir den Film verlassen. Aber er lässt halt immer noch diesen Hoffnungsschimmer da. Und das hat er noch nie so deutlich gemacht, aus meiner Perspektive, wie jetzt eben am Ende von Florida Project. Denn dieses Schloss steht ja nicht nur für Disney, dieses Schloss steht ja wirklich für Magie, für Märchen, für deine Träume werden wahr. Denn auch Cinderella hat halt früher einfach nur erst mal irgendwelche niederen Tätigkeiten gemacht und wurde dann zur Prinzessin. Ja, musste sie, weil sie gequält wurde. Egal, aber das ist doch, da kann man doch gut drüber diskutieren, weil diese Kinder rennen da hin. Nein, das ist so. Nee, das ist nicht so, weil der Witz ist ja, das ist kein echtes Schloss. Und dieses Disney-Leben, das einem vorgegaukelt wird, dieses, es gibt eine wahre Liebe und wenn du die findest, dann bist du glücklich bis an dein Lebensende. Das heißt, dieses ganze Disney-Gefühl ist ja eine reine Marketing-Blase, die zerplatzen wird. Also ist das eigentlich das Gegenteil von Hoffnung. Die Kinder denken, das ist jetzt unser Ding und da werden wir gerettet und wird alles gut. Aber nein, weil das ist alles eine Lüge. Soll ich mir jetzt dazwischen stellen? Wieso bin ich ja gerade heute der Hoffnungsvolle und du nicht? Keine Ahnung, ihr seid einfach schon seit einigen Folgen, seid ihr euch nicht mehr einig, ist euch das klar? Und ich muss dann immer so als kleine Dingsbums dazwischen stehen und sagen, ja, ihr habt beide recht. Nee. Diplomaten-Max ist wieder da. Nee, Gott nur. Was sagst du denn Diplomaten-Max? Der Diplomaten-Max, wenn du mich jetzt formst, du gefragt hast, sieht es natürlich so aus, als wäre ich wieder irgendwie parteiisch in irgendeine Richtung. Also tatsächlich finde ich so auf lange Sicht gesehen, Yoshi, deine Interpretation, also korrekt ist ja falsch, aber für mich nachvollziehbarer, weil sie ja wahrscheinlich auch irgendwie stimmt. Also ich finde, dass diese Flucht hat ja nur einen sehr kurzweiligen Effekt, schätze ich mal, oder einen sehr kurzzeitigen Effekt. Und ich glaube auch, dass der, also man darf vielleicht sagen, okay, der Traum kann geträumt werden, aber das wird dich auch nicht davor bewahren, dass du wahrscheinlich jetzt erstmal von Gastfamilie, wie heißen die, Pflegefamilie zu Pflegefamilie weitergereicht wirst und sowas. Ich weiß nicht, ich sehe diese letzte Szene, da gehören immer noch so die zwei, drei Minuten davor irgendwie mit dazu, dieses Realisieren des Kindes. Das ist ja dann eigentlich auch das erste Mal wirklich weint und zwar dann auch richtig losgelöst, als es dann irgendwie… Wie haben die das gedreht? Ja, keine Ahnung. Ich habe die Szene gesehen und dachte mir, das sieht für mich so echt aus. Wirklich, das sieht für die Spiele auch so echt. Das Kind, die spielt so gut, das ist so groß. Also ich finde, klar, also zwischendrin kann man es schon hinterfragen, aber auch die Sprüche, wie die reden, das wirkt alles so, als hätte es ein Kind wirklich gesagt. Ich meine, ich habe es jetzt auch auf Englisch gesehen, vielleicht hätte es auf Deutsch falscher gewirkt, aber da wäre es ja ein Synchronsprecher gewesen. Aber diese Szene, wo das Kind weint, die hat mich richtig… Da wirkt sie richtig wie ein Kind und nicht mehr wie die, in Anführungszeichen, erwachsene Freundin ihrer Mutter, sondern sie darf da richtig… Da guckt richtig ihre kindliche… ihre Seite raus und das hat mich auch richtig berührt. Das war eine richtig krasse Szene. Ich muss auch sagen, in der deutschen Fassung war es eine miese Entscheidung, die Synchronstimme von Eddie Murphy für sie zu benutzen. Ja, aber… Nee, du merkst halt, dass das Kind da in diesem Zeitpunkt, da geht die Tür auf, dann ist das rothaarige Mädchen da, sie sagt, willst du reinkommen, hast du Hunger? Und sie dann zu diesem Zeitpunkt eigentlich mehr oder weniger anfängt, habe ich eigentlich Hunger zu überlegen? Und nee, ich habe Angst. Ich habe gerade das erste Mal in meinem Leben oder vielleicht jetzt gerade richtig fucking Angst. Irgendwas stimmt hier überhaupt nicht mehr. Und sie schnallt das. Und ich glaube auch, dass dieses Weglaufen ist ja dann mehr oder weniger… Wobei, wird sie ja von Chansey irgendwie dann mitgenommen? Genau, die nimmt sie an die Hand und reißt sie weg. Ja, weiß ich nicht. Also das Schwierige an der Sache ist, deswegen Diplomaten, Max. Also es kommt immer, glaube ich, darauf an, wie sehr man die Realität in das Ende mit reinlaufen lässt. Ich möchte hier aber noch ganz klar sagen, ich sage nicht, dass das Ende aussagt. Alles wird automatisch gut. Nee, nee, das ist klar. Er lässt einen Hoffnungsschimpfen. Genau, es war ja nicht die Frage, wie endet die Geschichte, sondern warum entscheidet sich der Regisseur oder Drehbuchautor oder wer auch immer, diese Szene mit reinzunehmen? Drehbuchautor und Regisseur ist dasselbe von daher. Okay, dann ist es, genau, das war ja die Frage. Der muss ja irgendwas damit gemeint haben, hoffentlich. Ja, aber es ist ja auch schön, dass die, ja, du, da, da, also, wenn ihr mich jetzt entscheiden müsst, dann wäre ich dabei bei, 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 tatsächlich, ich sehe das Schloss auch eher als, als Seifenblase. Ich muss ja kurz noch aufschreiben, nächste Woche pessimistischer wieder. Ja, ja. Das ist halt echt. Das ist wirklich, diese Hotellagen gibt es, diese Menschen gibt es, das ist nichts verkünstelt, das ist alles wirklich echt. Und so wirkt auch, wenn du es mal, wenn du es mal kurz irgendwie angerissen siehst oder wenn mal kurz es irgendwie erwähnt wird, wirkt auch dieses Disneyland echt. Das wirkt also nicht wie, das ist das Paradies, sondern hey, das ist Disneyland, das ist ein Freizeitpark. Punkt. Und eben zum Schluss diese, weil was mich halt so, was mich, was am meisten für mich Fragen aufwirft, ist nicht tatsächlich die Sache, dass, dass dieses Schloss da ist, sondern wie Jancy, sie so, also nicht sofort, aber nach, die überlegt ja so zwei, drei Sekunden, so sieht ihre beste Freundin wein und dann greift sie ja wirklich am Handgelenk und reißt sie ja förmlich mit. Und dann rennen sie ja einfach nur noch. Und sie hat auch, ihre Mutter steht ja, ist ja auch in der Wohnung hinter ihr, das heißt sie hat gemerkt, ich kann jetzt nicht mit diesem Problem zu meiner Mutter gehen, also den bekannten Strukturen, das wird keine Lösung sein. Ich muss, und eigentlich ist ja Jancy die brave, in Anführungszeichen, die von Mooney, also ihre Jancy wird ein bisschen normaler erzogen, sag ich mal, und in Mooney entdecken sie ja, dass sie, also Mooney nimmt sie ja so ein bisschen mit auf Entdeckungsreise in diese Welt da, des freien, unbeaufsichtigen Lebens, wobei ihre Mutter von Jancy sie ja da auch mitziehen lässt. Aber, ähm, es ist auf jeden Fall so, dass Jancy, 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 Jancy sich entscheidet, ich kann hier nicht zu meiner Mutter mitgehen, wir müssen hier drastische Wege gehen und das Einzige, was ihr einfällt, ist dann weg und ganz woanders hin als vorher. Da waren sie ja nie. Sie sind ja, sie gehen ja ganz oft irgendwo hin, wo sie Eis schnorren können, wo sie keine Ahnung was klauen können, aber sie gehen ja vorher nie in, soweit wir das zu sehen bekommen, nie in dieses Disney World. Ne, das interessiert sich auch nicht, also bevor sie lieber ins Disney World gehen, zünden sie ja lieber irgendwelche alten Häuser an. Also, ähm, ne, ich glaube, dass da auch, ist da eigentlich so diese Attraktion des Disney, das ist auch so ein Ding, du denkst ja eigentlich, Kinder, die müssten sich ja da komplett angezogen fühlen von sowas und ich finde die Kinder, entweder sind die schon so abgestumpft, weil sie schon so lange in diesem Motelkomplex leben oder die haben da einfach kein, kein großes Interesse an diesem pompösen, äh, ja, äh, Disney-Plastik-Feen-Kram. Ich sag mal so, ist jetzt kein so kluger Vergleich, aber ich hab das Phantasialand halt hier in der Nähe. Also ich könnte rein theoretisch jeden Tag ins Phantasialand-Land gehen, kein Problem, das wäre kein großer Aufwand, aber ich mach's halt nicht, weil es ist komplett uninteressant. Hm. Ich glaube, dass Leute, die nicht so nah an einem Freizeitpark leben und vielleicht auch was übrig haben bei Freizeitparks, dass die vermutlich denken, boah, wenn ich ein Phantasialand in der Nähe hätte, ich würde doch ein Minimum ein, zwei Mal im Jahr hingehen oder in der Woche oder im Monat, keine Ahnung. Und ich war das letzte Mal von 15 Jahren im Phantasialand, also vielleicht liegt es auch immer daran. Was du in der Nähe hast, ist vielleicht nie so interessant wie das, was weit weg ist. Hm, ja, das kann gut sein. Ich glaube auch noch, dass vielleicht bei den Leuten, die ins Disneyland gehen, sind eher so die Leute, die Geld haben und vor allem, wenn du aus einer Situation herauskommst, wo du eben kein Geld für einen Freizeitpark hast, sondern du brauchst das Geld überhaupt nächste Woche, ich glaube, die zahlen möchentlich ihre Miete, deine Miete zu zahlen, da entsteht bestimmt auch so ein Wir gegen die und das will ich gar nicht und da will ich überhaupt nicht hin und nicht so sein wie diese betuchten, eingebildeten Leute, die sich das leisten können. Ja, wobei es sind, aber denken Kinder schon so? Wenn sie es gehirngewascht eingeimpft kriegen, klar, die denken alles dann. Okay, ja gut, stimmt, ja, das sind halt so diese Dinge, die der Film uns ja nicht zeigt. Also, ich meine, du bekommst ja eigentlich relativ. Ich meine, vielleicht liegt es ja auch einfach daran, weil sie auch nicht so einfach da reinkommen. Es ist ja nicht so, dass jeder ins Vatazianland reinkommt. Ja, aber wie kommen sie denn am Ende da rein? Ja, das ist ja immer interessant, das ist vielleicht nicht alles, was wir da sehen, der Wahrheit entspricht zum Schluss. Oh, das gefällt mir. Das heißt, die sind da vielleicht gar nicht drin, die haben sich umgebracht und träumen, dass sie dahin gerannt sind und jetzt im Schloss leben. Wie sollen die sonst in den Park reingekommen sein? Nein, aber ich meine, er zeigt das ja nicht in einer durchgängigen Szene. Es sieht zwar so aus, da sind halt Schnitte dazwischen. Das heißt, man könnte interpretieren, dass irgendwann die Realität aufhört und die Wunschvorstellung anfängt. Das könnte man sagen. Weil sie gestorben sind. Genau, genau. Und wie? In Florida, da gibt es Alligatoren, da biegt man einmal falsch ab, landet im Gran und hab's weg. Und gerade so Kinder. Ein Alligator kann ja von locker zwei, drei am Tag her drücken. Es ist so ein kleiner Snack, wo die denken, boah, so ein Erwachsener nicht, aber so ein Kind, das hauen wir jetzt schnell rein. Morgens halb zehn in Florida. Ein Kind geht jetzt gerade noch. Okay, schön. Also ihr alle da draußen, wir haben das Ende erklärt. Die sind von einem Alligator schnell weggesnackt worden und deswegen sind sie in den Park hinein. Wir können jetzt natürlich noch gerne weiter über das Ende reden. Das Ende ist, wie ich übrigens finde, immer noch fantastisch, wie der ganze Film. Aber ich würde auch mal ganz gerne eure Meinung hören zu Bobby, dem Hausmeister, der gespielt wird von William Dafoe. Übrigens, William Dafoe, der ist zum zweiten Mal dabei bei CC. Bitte nicht wiederwählen. Weil Bobby ja auch eine sehr interessante Figur ist, weil auch der, der ist zum einen durchaus ein bisschen ernster. Also er macht ja auch hell die Druck, weil er halt die Miete einfordern muss. Man merkt auch, dass er auch immer wieder enttäuscht ist, wenn was nicht so läuft, wie er will. Aber er hat auch was sehr väterliches. Und er beschützt die Kinder, würde ich sagen, fast schon mehr wie die Mutter. Also es gibt ja zum Beispiel so einen Moment oder eine Szene, wo ein Typ in diese Anlage kommt, der mutmaßlich ein Pädophiler ist und den er vertreibt. Er sagt ja auch diese einen Gloria, sie soll bitte jetzt was anziehen, weil sie gerade oben oben sich sonnt. Ja, und ich finde diese Figur Bobby ist, ich muss sagen, ich finde den jetzt bei der Drittsichtung, ich finde ihn interessanter als die Mutter. Also vom Figurenwert her, sage ich mal. Figurenwert, ach so, weil er vielleicht auch mehr Graustufen hat als die Mutter. Obwohl ich vorhin meinte, wir sollen sie nicht hassen als Mutter. Ich finde, als Mensch finden wir sie schon richtig scheiße, oder? Also da geht es ihm schon gehörig auf den Punkt. Man würde vielleicht sagen, dass Stogger sehr schnell Menschen anfängt zu hassen. Ist das so? Nur weil ich dich hasse, ist du, und dass es so schnell ging. Du hast gesagt, Max trägt so viel Spezi, darum hast du ihn. Das hast du mir so gesagt. Das war vertraulich. Mann, okay. Trink doch nicht so viel Spezi. Gut, also die Mutter soll ja eindeutig ein Unsympath sein. Ich meine, man weiß nicht, wo die herkommt, was man ihr da vorwerfen kann. Die versucht auch ihr Bestes, sie ist kreativ, aber die ist schon sehr OneNote vielleicht. Und du meinst, Bobby hat da mehr, was man mitnehmen kann? Und ich finde halt nur, im gesamten Film gibt er mir das wirklich, wenn er auftaucht, hin und wieder das Gefühl, dass da jemand ist, der sich auch wirklich um die Kinder sorgt. Ja, um die Mutter. Genau, aber die Mutter ist ja scheißegal, weil wir haben uns drauf geeignet, die ist doof. Also, weil ansonsten, ich finde schon, dass der Film es ganz gut schafft, dass da hin und wieder so eine Art Gemeinschaft ist, vor allem halt, wenn es um die Kinder geht. Aber wenn ich jetzt eine Figur raussuchen müsste und sagen, okay, das ist die Figur, wo ich glauben könnte, wenn die Kinder mit der öfter zu tun haben, dann würde es ihnen gut tun, wäre es mehr Bobby als jetzt Hallie. Auf jeden Fall. Also, der ist der Einzige, der erzieht in diesem, also, was wir mitkriegen. Klar, die anderen Mütter, Väter, die gehen ja dann schon auch Wege, dass zum Beispiel das eine Kind, der eine Junge, mit dem sie auch gut befreundet ist, den wir eigentlich von Anfang an sehen, der darf ja dann einfach nicht mehr mit Muni spielen. Weil die Mutter entscheidet, das ist kein guter Umgang. Da wird schon auch erzogen. Aber Bobby ist, wie du sagst, da habe ich auch die meiste Erziehung gesehen. Hatte ihr das auch mal, als ihr klein wart und eure Eltern oder Mutter, Vater haben gesagt, mit dem spielst du nicht? Hatte ihr das mal? Weil ich hatte das mal. Wahrscheinlich war ich derjenige, mit dem ich gespielt werden sollte. Ich wollte gerade sagen, ich kenne es eher so, dass ich wahrscheinlich derjenige war, von dem gewarnt wurde. Max? Ja? Du spielst doch nicht mit dir selbst. Oh. Nee, nee. Äh, genau. Ja, okay. Aber das heißt, wir sind leider, ist doch, wie ist nochmal die Regel, wenn, es gibt immer ein schwarzes Schaf oder einen verrückten und wenn es bei dir keinen gibt, dann bist du derjenige? Ja. Okay, aber du wolltest ja eigentlich über Bobby sprechen, oder hast du, dass du... Eigentlich habe ich meine Meinung zu Bobby jetzt gesagt und jetzt könnt ihr noch was dazu sagen. Was ihr dazu sagen habt, ist mir relativ egal. Also der Bobby, ich finde das ziemlich, das macht der Film auch wieder richtig toll. Ich möchte hier nochmal kurz anmerken, ich meine, das ist keine Kritik hier, aber dass ich den Film wirklich, nachdem ich nach der ersten Nacht dachte, oh Gott, wie wird der, ich fand den richtig toll übrigens. Also danke, dass ich den gucken durfte. Ich fand den so toll erzählt, also klar, die Geschichte, ob die jetzt toll ist oder nicht, das gibt's halt, dieses Schicksal, aber ich fand den richtig schön erzählt. Mit diesen kleinen Schnipseln dann eben und mit dem Bobby auch, der dann herausfindet, was wir dann auch mit ihm herausfinden, dass die Mutter wahrscheinlich, also wahrscheinlich eindeutig anschaffen geht, während Muni in der gleichen Wohnung ist, weil wo soll sie schon hin? Die haben ja nur ein Motelzimmer. Und da dann auch direkt drauf reagiert und nicht einfach nur sagt, ja, okay, dann warten wir nochmal, sondern direkt sagt, hier, ich hab dich hier auf Kamera. Ich meine, er schickt das Jugendamt nicht auf sie, das passiert aus einem anderen Grund, was auch gerechtfertigt ist dann in dem Moment. Aber er sagt wirklich, nee, das geht nicht, das darfst du ja nicht. Du musst alle Besucher ab jetzt anmelden und unterbindet sofort dieses Verhalten. Es ist ja auch so, dass sie während der Feier da ist, den Muni ja ins Bad schickt und sie Musik hören lässt, ne? Ja, aber das hab ich nicht, habt ihr das schon vermutet, während sie... Nee, also man kapiert's ja beim ersten Mal auch nicht. Ja, aber das ist toll an dem Film. Ja, klaro. Auch als die zwei dann Bikini-Shooting machen, wo ich dann, da denk, also das Gehirn wandert ja schon weiter und man denkt dann, oh Gott, schickt die grad Fotos von ihrem Kind irgendwo hin und verdient dann damit Geld, hatte ich dann kurz Angst. Und dann später, nee, weil sie halt keine Freunde hat oder sich keinen Kameraständer leisten kann, nutzt sie das halt als Ausrede, damit sie von sich selbst sexy Bikini-Fotos schießen kann, die sie dann auf den Plattformen nutzt, um sich da zu verhuren. Verhuren ist ein schönes Wort. Verhuren. Ich finde, dass der Bobby eigentlich im Prinzip derjenige ist, der immer so mit der geballten Faust in der Tasche rumlaufen muss. Und wahrscheinlich den Otto-Normal-Zuschauenden verkörpert. Also es gibt den einen Blickwinkel, das ist das Kind. Und ich finde, der andere Blickwinkel ist er. Und ich finde, er ist immer in so einem dauerhaften Zwiespalt, du merkst das auch, dass er mehr oder weniger wahrscheinlich lieber mehr eingreifen würde, als er letzten Endes dann tun kann, wahrscheinlich auch gesetzlich. Das ist das eine. Und eine andere Sache, die Stu meinte, glaube ich, auf die ich noch eingehen will, das ist, dass du ja durchaus dann nicht sagen kannst, das ist jetzt dieses White-Trash-Verhalten. Sondern du merkst ja zum Beispiel, dass da ja schon Unterschiede sind zwischen den beiden jungen Müttern. Also die andere hat einen Job bei einer Waffelfabrik oder sowas. Bei einem Diner, Frühstücksdiner. Genau, bei dem Diner. Und ich meine, es ist nichts, wo du reich wirst damit, aber du merkst ja schon, dass da verschiedene Arten von Verantwortungsbewusstsein in einem Milieu sind, in dem jetzt Leute wie ich, die jetzt nicht an der Armutsgrenze leben oder, sage ich mal, halbwegs normales Leben haben, dass es da durchaus auch Unterschiede gibt. Also dass man da nicht anfangen soll, die alle jetzt über einen Kamm zu scheren. Das ist jetzt so ein Ding, das mir dann auch noch kam. Also, ja, dass so eine heterogene, Moment, das war das richtige Wort, heterogene White-Trash-Es. Genau. Oder dass die Hayley so ein besonderer Fall von… Nee, es geht gar nicht um besonderer Fall oder es gibt da auch Abstufungen in dem Milieu. Es gibt ja viele Leute, wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, du hast jetzt irgendwie so eine Ärztefamilie, die, keine Ahnung, ihre Wohnung in, ja, die haben ihr Haus in Kitzbühel und sowas und sprechen dann von dem Abschaum oder dem White-Trash oder sonst irgendwas. Und nee, da ist es halt, es gibt halt Leute, die verantwortungsbewusst sind, aber trotzdem keine Kohle haben. Und dann gibt es halt so Hayleys, die halt nicht mal dieses, ja, wie sagt man, die kein, 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 nicht erwachsen sind, nicht verantwortungsbewusst sind, die da wahrscheinlich auch nie rauskommen werden aus dieser Spirale. Ja, sie denkt nicht langfristig und sie ist total respektlos und das kriegt Mooney leider direkt auch ab. Also dieses Nicht-Respektieren von Besitz anderer und Grenzen anderer und da so richtig scheiße Leute mit Leuten umgehen, das ist schon wirklich derbe. Da war ich hart, wo ich dachte, boah, das geht gar nicht. Das Leben vom Kind ist versaut, wenn sie das nicht sofort lernt. Naja, klar, ich meine, du, ich muss auch sagen, dass ich Mooney ja auch nicht wirklich gern, was heißt gern, mochte, aber Mooney ist jetzt nicht unbedingt das Kind, das… Es ist kein Tempel. Nee, du, der Ausdrucksweise und die, ich meine, du musst dich ständig auf Streit wahrscheinlich mit dir einrichten, wenn du ihr irgendwie sagst, das sagt man nicht oder so eine solche Geschichte. Ja, klar, aber man sieht ja, wo sie es her hat. Ja, eben. Wahrscheinlich, das ist ja das Ding, Hayley hat es ja auch irgendwo her, aber das kriegen wir halt nicht mit, sie ist nicht der Sympathieträger und sie gibt es an jemanden weiter und das dürfte nicht sein. Ja, ja, ja. Naja, von dem her ist, ich finde, dass es schon recht wichtig ist, dass man da auch sagt, diese, ich meine, ich glaube, das macht John Becker auch ständig, dass er mehr oder weniger in diese unbequemen Milieus irgendwie reingeht, um eben da auch zu zeigen, hey, die Leute sind da auch vielschichtig unterwegs und nicht jeder ist, ja, es gibt Leute, die können eben was dafür, dass sie in der Bredouille sitzen, aber es gibt eben auch Leute, die sich anstrengen und dann nicht rauskommen. Und, ja. Ja, es ist ja schon so, was schon interessant ist, dass die Hayley, also die Mutter, sehr viele Ideen hat, wie sie kurzfristig an Geld kommt und das dem Kind auch weitergibt. Ich sehe das ja das Ganze aus erzieherischen Gründen jetzt hier, als Sicht, und das fand ich schon einen interessanten Skill, aber es ist ja nicht langfristig. Langfristig, ja. Das ist unspannend oder spannend? Natürlich ist es nicht langfristig. Es ist für mich spannend tatsächlich, weil so diese, ich meine, die Sichtweisen, es ist ja immer ab dem Zeitpunkt, wo du dann irgendwie ein Kind kriegst oder sowas, dann beginnst du halt dann, Normalfall, so kann es sich mir zumindest vorstellen, dass du so ein, so ein, so ein, so ein Verantwortung, du musst halt dann eine andere Art von Verantwortung übernehmen. Und dann fängst du halt auch vielleicht unter Umständen an, dir über Sachen Gedanken zu machen, wo man vor einem Jahr irgendwie gesagt hätte, das ist für mich komplett irrelevant. Und da ist auch so dieser kurzfristig Denken, langfristig Denken. Ich meine, vielleicht ist das auch so ein bisschen sinnbildlich, dass die da eben in so einem Motel, was sehr sinnbildlich für Kurzfristigkeit eigentlich steht, dass die da unterkommen. Und dass du dieses von der Hand in den Mund leben so auch am, ja, am deutlichsten klar machen kannst. Jetzt ist es aber auf der anderen Seite, vielleicht interpretiert man dann auch von unserer Seite her zu viel rein, weil es gibt ja diese Sozialwohnungs-Motell-Situation, glaube ich, wirklich. Oder? Ja, bestimmt. Also auch dieses, die haben ja diese Regel, wie auch immer die ist, dass die, wenn die mal die Wohnung verlassen müssen, sie 24 Stunden woanders wohnen, damit sie wieder einziehen können. Und das kommt ja nicht von ungefähr, diese Regel. Also von dem her, ich meine, als Deutscher auch immer ein bisschen seltsam, dass es solche Sachen gibt, finde ich. Aber das wird es hier doch bestimmt auch geben. Wir kriegen es nur nicht mit, weil wir zum Glück es noch nie mussten so leben. Das wird es auf jeden Fall auch irgendwie geben. Ja, aber was ist das deutsche Pendant dazu? Zu einem Motel? Ja, ich meine, ein Motel ist ja in erster Linie, ist es ja eigentlich ein Tourismusort. Ach, du meinst jetzt den Ort Florida da am Disney World oder Motels? Nee, nee, nee. Also ich habe noch nie in Deutschland ein Motel gesehen. Ein Hotel, ja, aber kein Motel. Ich glaube, dass ein Motel, glaube ich, vielleicht was U-Amerikanisches ist. Dass du dann mit dem Auto so hinfährst? Oder was macht denn ein Motel dann? Oh Gott. Das ist eine gute Frage, die ich dir nicht beantworten muss. Und ein Motel ist eigentlich nichts anderes wie, keine Ahnung, wie kann man das bei uns vergleichen? Ich weiß nicht, wie wir das vergleichen können. Das ist tatsächlich eigentlich nur so ein, du parkst halt ganz einfach direkt vor deinem Kapuf. Und das ist halt, es gibt keinen Flur. So würde ich es beschreiben. Also Motel bezeichnet im Amerikanischen sowas, was wir hier Raststätte oder Autohof nennen, wo man eben auch noch ein Zimmer mieten kann. Okay. Also wenn man so will, ein Hotel, was an der Straße liegt, wo du einfach abbiegst und dann bist du da. Genau, das sind halt so viele Apartments. Ja, und das Motel ist ein Kofferwort laut Wikipedia aus Motor und Hotel. Ah ja, okay. Wieder was gelernt. Pendant dazu werden das dann bei uns, aber es gibt ja sowas gar nicht bei uns. Oder doch? Also ich meine so. Es gibt schon Raststätte, glaube ich, wo du auch übernachten kannst. Nee, das meine ich. Wo es immer gibt. Ja, aber es wird auf jeden Fall irgendwas geben, wo Leute, die wenig Geld verdienen, irgendwie. Genau. Das wird es auf jeden Fall geben. Wo sind, wo werden bei uns die Armut? Also wir haben ja eine ganz andere Sozialhilfe. Das wird wahrscheinlich ganz anders, dass du ewig in der Wohnung wohnen kannst, bevor du rausgeschmissen wirst oder das, keine Ahnung. Das ist halt einfach Unterschiede zwischen Deutschland und USA. Ich glaube, das ist erstmal, das kann man, glaube ich, schwer vergleichen in den USA. Es läuft es halt ganz anders ab wie bei uns. Ich könnte mir auch vorstellen, das in den, ich möchte jetzt nicht unser Jugendamtssystem irgendwie über den Klee loben, aber ich glaube, bei uns wäre, glaube ich, die Mutter schon schneller im Fokus des Jugendamts gewesen, glaube ich. Ja, weil wir Schulpflicht haben auch. Also da alleine, aber da ist die Tochter ja. Ich glaube schon, dass auch sehr viele durchs Raster fallen. Das könnte ich mir schon. Wir haben ja, ich musste beim Film, ging es euch auf, dass ihr öfter an Systemsprenger gedacht habt? Ja. Nee, tatsächlich nicht. Aber Systemsprenger ist ein toller Film. Ist auch ein toller Film. Und ich dachte dann oft, ah, dieses Florida Project könnte zeigen, wie Kinder wie Systemsprenger, ich meine, bei Systemsprenger ist ja auch die Theorie, dass es am Kind intrinsisch liegt, so ein bisschen. Also das nicht nur an der Erziehung und ihrer Geschichte. Und da dachte ich die ganze Zeit, das könnte so eine Vorgeschichte sein, so ein bisschen. Also die haben, die würde ja auf jeden Fall beide in so einem Double Feature werden Eltern zeigen. Das ist ein Double Feature des Brustes. Und danach noch Kinder des 22, was so viel Spaß gemacht hat. Oh Gott, das klingt dann auch wie ein Film, den ich niemals gucken sollte, weil Systemsprenger ist schon auch, hui. Es gibt auch so einen schönen italienischen Horrorfilm, der heißt, ein Kind zu töten. Ein Kind zu töten. Aber nur eins. Nur eins. Ja, eins. Die anderen zwei, drei, die gibt das Bonus oben drauf. Und der Film, der ist in der, der verfolgt eine Frau, die irgendwo schwanger wird und dann in eine Abtreibungsklinik geht. Nee, also der Film ist wirklich gut. Es geht um ein Pärchen, die machen Urlaub und fahren auf so eine Insel und merken dann, irgendwas stimmt nicht. Und sie sehen halt wirklich nur Kinder. Und deswegen beginnt auch damit, dass du siehst, wie halt eben in der Geschichte Kinder immer diejenigen waren, die es auf den Sack bekommen haben. Und warum auch immer, entscheiden sich die Kinder halt auf dieser Insel, das machen wir nicht mehr und haben halt alle Erwachsenen umgebracht. Und dann machen sie halt eben Jagd auf dieses Pärchen und dieses Pärchen muss sich halt dann irgendwann die Frage stellen, wollen sie überleben? Und wenn sie überleben wollen, dann werden sie nicht darüber hinwegkommen, ein Kind zu töten. Das finde ich ja ziemlich cool. Coole Idee. Der ist auch wirklich gut. Der ist auch wirklich gut. Ah, okay. Also ich habe mir sagen lassen, dass du ja Kontakte in eine gewisse Horror-Fanszene hast und vielleicht kann man dir da den Film mal irgendwie zeigen oder so. Also der ist wirklich gut. Mal gucken, werde ich mir noch sagen lassen, ob ich das als Mutter aushalte? Nein, vermute ich nicht. Okay. Ich lasse dich einfach gerne leiden. Ja, ist nicht Herr der Fliegen dann auch theoretisch sowas? Wenn da ein Erwachsener hingekommen wäre, wäre ja auch was vorbei gewesen. Nur bei Herr der Fliegen ist halt so, da kommt dann der Erwachsene plötzlich nach 300 Seiten und dann sagen sie, oh, der Erwachsener, gut, dann lass es mal gut sein. Dann sind wir wieder Kinder. Genau. Übrigens Funfact, es gab sowas, ich habe ein Buch gelesen, das ich sehr empfehlen möchte, wenn man ein bisschen optimistischer der Menschheit gegenüber sein möchte. Es heißt im Grunde gut und der geht eben auch auf dieses Herr der Fliegen ein und wie das dazu geführt hat, dass ganz viele Menschen dann dachten ja, okay, die ist alles abgefuckt, weil Menschen sind so scheiße und gehen sich gegenseitig an. Und es gab wirklich eine Situation, in der Kinder auf einer Insel gestrandet sind. Tatsächlich, die hat der Autor dann auch recherchiert und alles. Und da ist es eben ganz anders abgelaufen, super harmonisch. Die hatten da einen Tennisplatz aufgebaut. Also es war wirklich eine sehr unwirtschaftliche Insel, auch im Nichts, wo die nicht wegkamen. Und die sind heute noch befreundet. So mal ein bisschen das Positive. Ach so, was gab es wirklich mal? Ja, sowas ist wirklich passiert. Da sind irgendwie, es waren nicht viele, es waren vier, unter zehn auf jeden Fall. Kinder sind da gestrandet und mussten dann eben da ein paar, mindestens ein Jahr überleben. Und sie haben auch angebaut. What? Okay, wir kommen hier nicht weg. Erste Sache, wer braucht einen Tennisplatz von mir? Wunderbar, wir beide machen Tennis. Warum bauen sie hier einen Tennisplatz? Oh Gott, lass den Tennisplatz rausnehmen, nicht mit meinem Halbwissen hier. Aber guck, das Buch ist im Grunde gut. Ist wirklich sehr, 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 sehr im Grunde gut. Stell dir gerade vor, wie die gerettet werden, wenn wir nicht weg wollen. Nee, warum? Warum, wir haben hier einen Tennisplatz so an, die sind gar fettig geworden. Wer von uns töpfert heute das Teeservice? Vielleicht hatten die so viel Platz und dachten, wir wollen irgendwie Unterhaltung. Keine Ahnung. Die müssen ja dann einen Tennisschläger bauen aus Kokosnuss. Dann gehe ich weg von den Tennisschläger. Schreicht aus dem kollektiven Gedächtnis jetzt und lasst uns nur, dass die Essenz ist, dass das Gute war zueinander. Florida, Florida. Essen, Scheiß drauf. Wir nutzen die Fläche für einen Golfplatz. Aber hier wegen des guten Menschen. Das habe ich jetzt auch gelesen bei tagesschau.de, dass dieses legendäre Stanford oder Stanford Prison Experiment, das ja auch gar nicht mal so abgelaufen sein soll oder gar nicht mal so schlimm war, wie es immer dargestellt wird. Ja, Stanford Experiment kennen wir alle, verfilmt mit Moritz Bleibtreu, wo die willkürlich in Gefangene und Wärter eingeteilt wurden. Und der hat anscheinend schon vorher, also der Zimbardo, der das geleitet hat, hat schon vorher sich ein bisschen überlegt, wer könnte wer sein. Hat auch Leute gebrieft. Die Wärter wurden dann, und das war auf jeden Fall sehr viel beeinflusster, als es den Anschein hat. Auch das Experiment mit dem Milgram, dass Leute per Schock, also du hast zu Leuten gesagt, hier schocke den gegenüber mal. und da ging es um Autoritätsgehörigkeit. Gefällt dir Schocken nicht? Ich schocke dem gegenüber mal. Die Rolling Stones sind keine gute Band. Mit Elektroschocks. Und der drüber, der die Elektroschocks bekommen hat, der war halt eingeweiht, Teil des Experiments. Und es ging halt darüber zu gucken, wie weit gehen Leute, wenn da nur jemand steht und sagt, hier mach mal. Und das war auch fingiert. Also was heißt fingiert? Es war fingierter, als es den Anschein hat. Wie schön. Auch im Grunde gut. Da steht es nämlich alles drin. Unser Leben basiert auf Lügen. Das ganze Leben, genau. Aus den paar Anekdoten jetzt. Aber jetzt zum Glück weg von im Grunde gut. Also wir machen die Schleife darüber, dass ich sage, dass Muni auf einer einsamen Insel ganz gut, glaube ich, überleben könnte. Hä? Besser als vielleicht meine Kinder. Aber dieser Film ist im Grunde nicht so gut, weil Muni nicht so toll erzogen wird. War jetzt meine Überleitung. Meine Kinder sind stoff, schlocker. Das habe ich niemals gesagt, liebe Kinder. Ihr seid natürlich die Allerbesten und Tollsten. Ja, den fehlt halt eine Komponente, die halt schon wichtig ist. Es ist ein Erwachsene. Aber ganz ehrlich, ich hatte auch das Gefühl, wenn wir nochmal dieses Insel-Setting nehmen würden, Muni käme besser zurecht als Sally. Die Tochter käme besser zurecht als die Mutter? Ja, glaube ich schon. Weil die Tochter immer gezwungen wird, tagsüber rumzulaufen? Nein, ich habe das Gefühl, dass Sally, die ja schon etwas älter ist, die kommt ja im Alltag eh nicht so richtig klar. Ich glaube einfach, dass bei Muni es halt noch die Chance gibt, dass sie das irgendwie lernen könnte. Und sei es halt eben jetzt mit Pflegefamilie oder so. Ich glaube, so hart es klingt, dass vielleicht der Weggang von der Mutter weg hin zu einer Pflegefamilie oder in einem Kinderheim oder was weiß ich, vielleicht auch eine Chance halt bietet, so hart es klingt. Ja, auf jeden Fall. Was heißt so hart es klingt? Das ist ja eigentlich, eigentlich ist das ja der positive Ausgang. Weil ganz ehrlich, für die Familie kannst du ja nichts. Der Film endet in Hoffnung. Er wollte nicht auf mich hören. So. Max, fahre fort. Nee, nee. Also für, ich meine die Familie, da kannst du ja nichts dafür. Ich meine, es ist ja nicht immer, wenn in einem Film eine Mutter weggenommen wird oder eine Mutter und ein Kind getrennt werden, ist es ja was Negatives. Weil, wie gesagt, das Kind kann ja durch die Mutter auch kaputt gehen. Und ich schätze mal, das könnte, wenn die noch vier Jahre bei Hayley wohnt, dann wird sie ja irgendwann mal das erste Mal mit Crystal Meth mit zwölf dann in Kontakt kommen. Das sind jetzt alles natürlich. Moment, wir kriegen nie mit, dass die Mutter Crystal Meth nimmt. Genau, wir wollen nicht. Nee, na klar. Ich will jetzt hier keine Spekulationen. Aber die Frau tätowiert. Die tätowiert. Aber ich, also ich finde, ich glaube auf jeden Fall, dass Muni nicht, sie wäre wesentlich unglücklicher bei einer Foster, also Pflegefamilie, aber es würde ihr langfristig viel, viel mehr bringen. Und da ist eben dieses, was der Film bei mir angeregt hat, dieses Aufwiegen von kurzfristiger Glückseligkeit und langfristigem, jetzt muss ich aber mal in den sauren Apfel beißen, das fand ich sehr eine interessante Anregung. Ja, aber das hat doch was mit Erwachsensein zu tun. Das ist doch so eine Essenz des Verantwortung übernehmens und Erwachsenseins. Und Respekt, genau. Dass du langfristig auch denkst, dass du Entscheidungen triffst, die jetzt am Anfang vielleicht bitter sind, aber wo du halt dann am Ende die Früchte zehren kannst. Das ganze scheiß Leben besteht aus sowas. Ja, da muss ich auch, ich komme ja auch, ich zeichne und schreibe ja auch über Kommunikation mit Kindern und ich habe ja auch zwei Kinder. Hier, Werbung. Und da geht es ganz viel, was ich auch im Alltag lebe, ist bedürfnisorientierte Erziehung oder beziehungsorientiert. Und da wird ganz oft gesagt, ja okay, das ist ja laissez-faire, da dürfen die Kinder einfach machen, was sie wollen. Und das ist eben gerade nicht, was die Hayley hier macht, ist laissez-faire. Wobei sie auch sehr nett, also sie ignoriert ihre Tochter nicht, sie ist ja sehr nett zu ihr, wobei dieses behandelt sie sie als Tochter oder als Freundin, finde ich schon auch einen interessanten Gedanken, sondern dass es eben bei dem Bedürfnisorientierten ganz wichtig ist, Bedürfnisse von allen den Kindern mitzugeben. Nicht nur die Bedürfnisse der Kinder, sondern dass du deinem Kind auch zeigst, hier, das geht mir zu weit, hier ist meine Grenze, hier ist mein Bedürfnis und das macht die Hayley eben nicht. Also das beim bedürfnisorientierten, respektvollen Erziehen, geht es darum, auch Grenzen zu zeigen und Nein zu sagen, wenn es wichtig ist. Ja, das ist diese Konfliktscheue, das ist aber auch so ein, oder was heißt Konfliktscheu, wenn es dir als Elternteil einfach immer den Weg des geringsten Widerstands irgendwie geht. Ja, also den kann man schon irgendwie auch anders gehen, aber, aber du musst... Es macht man ja auch tagesabhängig, wenn wir ehrlich sind. Ja, klar, also wie oft sitzen die Kinder mal vorm Bildschirm oder so oder kriegen einfach das, was sie wollen, weil du es gerade nicht schaffst. Ich glaube, hier keiner plädiert da drauf, dass du jetzt sagst, du musst 24-7, 24 Stunden am Tag, das ist ja das Gleiche. 24-7, 24 Stunden, okay, ich habe gerade was gelernt. Ne, dass du da andauer, also dass man da keine Fehler machen darf, weil ansonsten das Kind kaputt geht, davon spricht ja hier niemand. Ja, im Endeffekt ist eh niemand. Das sei hier doch mal gesagt. Aber diese, dass es da schon einen großen Unterschied gibt zwischen, was du jetzt gerade gesagt hast, laissez-faire und dem... Und autoritär. Weil ja, dieses Bedürfnis orientiert ist schon eine andere Kiste als, ja, wie sagt man, die einfach alles durchgehen zu lassen. Und tatsächlich ist das auch eine Sache, die mir erst bewusst werden musste, dass das so ist. Wie das? Indem ihr andere Eltern beobachtet habt? Nein, indem man einfach dann mit anderen Eltern geredet hat oder sich halt einfach mal schlau macht, was die, was so diese... ich meine, du musst dir ja sagen, das ist ja jetzt auch eine relativ moderne, trendige Erziehungsrichtung, glaube ich. Ich weiß nicht, wie alt die ist. Unter der Bezeichnung wahrscheinlich schon. Ja, genau. Und da wirst du auch viele bekommen, die jetzt irgendwie so das Kind, dem gehört ab und an einmal die Leviten gläsen und so. Das eine schließt das andere nicht aus, weißt du? Aber es geht um die Art der Kommunikation. Ja, und das Standardbeispiel, wenn dein Kind im Supermarkt schreiend auf dem Boden liegt, bei Bedürfnisorientieren, also je nachdem, wie viel Kraft du hast, dann entweder du schnappst dir nicht dein Kind und sagst, hör mal zu, Joga, Mann, gleich klatscht das was oder so, sondern du gehst halt, du versuchst zu verstehen, wie kam es dazu, dass das Kind jetzt so reagiert, welches Bedürfnis dahinter, ich meine, ich weiß, dass das für manche total lasch klingt und von außen vielleicht echt bescheuert wirkt, aber du gehst da echt runter und überlegst, ja, ich weiß, du fühlst dich jetzt so und so, ist es aus dem und dem Grund und guck mal, wir überlegen, wie wir das jetzt lösen können und das ist viel schwieriger, als dein Kind einfach zu klatschen. Du zeigst es, wie jetzt schon ist. Aber dieses Bild vor Augen, der Schloggerino schlägt sich gerade auf den Supermarktboden und hämmert mit Fäusten gegen den Boden, weil er was haben will und du gehst so Sherlock Holmes und lässt sich die Flur an und sagen, hm, was könnte es sein? Diese Müsli-Regel vielleicht, na. Ja, im übertragenen Sinne, natürlich. Ja, aber da bist du, also ich meine, das ist ja auch nur Kommunikation. Eigentlich, wenn du das runterbrichst. Das ist halt eine vernünftige Form. Also, ich meine, wie, früher hat man das, wie gesagt, du packst das und stopfst das irgendwie in die Einkaufstüte und schaust, dass niemand es mitbekommt oder so. Ja, weil es dir natürlich auch unangenehm ist. Ja, natürlich ist es unangenehm. Genau, du reagierst ja, weil du den Druck von außen fühlst, nicht, was ist das Beste gerade für dich oder für das Kind, sondern, scheiße, da gucken mir Leute zu, ich muss jetzt schnell die Situation beenden. Wie geht es am schnellsten? Ja, aber ich meine, es ist, eigentlich ist es auch das, wenn jetzt da ein Erwachsener auf dem Boden liegen wird und wird so rumstrahlen, dann wird es dir wahrscheinlich auch hingehen und erst mal brauchen, Geht es Ihnen gut? Brauchen Sie irgendwas? Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, wie schön wäre das, oder? Ja, aber mit dem Kind machst du sowas nicht. Ja, aber stattdessen die Erwachsenen müssen es unterdrücken und in die Therapie und es gibt keine Therapieplätze mehr, weil es total unterschätzt wird, wie viel gebraucht, wie der Bedarf ist, aber da mache ich jetzt einen riesen Fass auf. Ich will ja eigentlich nur sagen, dass das laissez-faire, was die Hayley da macht, wenn sie, mal abgesehen davon, dass man sein Kind einfach schlagen kann, um es zu züchtigen, ist so das Einfachste, wirklich den einfachsten Weg, den du gehen kannst, anstatt ein bisschen Aufwand zu machen und dein Kind richtig zu erziehen, indem du eben die Grenzen von anderen Menschen und eben Bedürfnisse anderer Menschen auch aufzeigst. Ganz ehrlich. Aber es ist ja auch eine gewisse Gleichgültigkeit. Ich sehe schon, wie du den zusammenschneidest und da kommt nur Kinder schlagen, umgekehrt. Wirklich, genau, du kannst das, du musst einfach nur einen Satz rausfügen und dann klingt das so, als würde der Stocker sagen, man muss da Kinder mal schlagen. Ja, muss man aber, es ist, ja, Entschuldigung. Und Max, mach mit. Ah, ich, ach nee, ich schlag nichts. Ganz ehrlich, ich schlag Sahne. Das ist das Einzige, was ich schlag. Wir entfernen uns immer mehr aus vom Film, aber ist mir jetzt auch egal. Nee, ich glaube, wir sind jetzt gerade erst im Film drin. Das ist das. Ja, ich habe überlegt, wann ich das letzte Mal mitbekommen habe, dass ein Vater oder eine Mutter oder eine Oma irgendwie Stress hatte, weil Sohn, Tochter, Enkel, Enkellin irgendwie Stress, beim Einkaufen gemacht hat und das ist echt lange her. Ich weiß noch vor. Ja, kannst du gerne morgen mit mir einkaufen gehen. Nein, ist übertrieben. Aber es gibt bestimmt eine andere Situation, wo dann, wo man von außen denkt, was ist los mit diesem Kind jetzt? Und dann denkst du, ah ja, es gibt einen sehr eindeutigen Grund und wenn ich ein Kind wäre, wäre ich jetzt auch völlig am Arsch. Also ich habe mal so nebenbei mitbekommen, dass zum Beispiel, was ich, die kleine Gabi sagt so, oh guck mal, da gibt es ja Lutscher an der Kasse. Die kleine Gabi, das ist der einzige Kindername der Modelle, der dir gerade eingefallen ist. So entfernt bist du von diesem Thema. Die ist Brasilianerin, Brasilianerin, Gabriella. Ja, also die Josefine Emiliani, so, die steht da an der Krängelware mit Oma oder so und sagt, Oma, guck mal hier, lecker Lutscher, billig jetzt haben. Und Oma sagt so, nö, ich habe sonst kein Geld mehr für Kippen. Und dadurch entsteht halt eben dieses Rissipanz. Aber das löst sich bei mir, also wenn ich das mitbekomme, immer so oft, dass deine Oma sagt so, nö, fürs Kippen, dann Kind. Und dann hat sich das erledigt. Ich habe es tatsächlich noch nie mitbekommen, dieses Klischee-Theaterstück von wegen, ich setze mich mal auf den Boden und trommel gegen meine Brust und sage, ich will jetzt aber Schokolade haben. Aber hast du es draußen schon mal erlebt, dass ein Kind irgendwie nicht im Kinderwagen sitzen will und Mutter muss es reinsetzen und anschnallen oder sowas in die Richtung? Nein, noch nicht. Okay. Aber ich glaube, es ist ganz alltäglich. Also ich glaube, es passiert vielen Müttern und Vätern. Keine, also, ne, so. Also ich habe, sagen wir es mal so, ich bin dann jetzt das Gegenbeispiel, ich kriege das, ich habe das echt schon öfter mitbekommen. Also, ich meine, gut, vielleicht jetzt nicht so an dem, dass die da rumrollen und sich dann irgendwie auf den Boden schmeißen, das ist vielleicht die, aber dass sie schreien, als hätten sie gerade ein Stück Lava ins Arschloch gedrückt bekommen, so. Also das passiert schon echt oft. Okay. Also ich habe jetzt gerade, erst heute eine Anekdote, es ist jetzt nicht so was Extremes, aber hier in der Wohnung höre ich mein Kind plötzlich rufen und es weint total und ich frage mich, oh Gott, was ist da jetzt passiert und was war's? Der Akku von der Switch und dem Tablet und dem 2DS waren alle gleichzeitig alle. Boah, Energiekrise im Hause Schlucker. Ja, und das war für ihn in dem Moment richtig, richtig schlimm und da kann man ja da stehen und denken, ey Alter, krieg dich mal ein, aber wenn man halt kurz überlegt, wie sehr er sich den ganzen Tag darauf gefreut hat, dass er da jetzt spielen darf und da war einfach alles, alle, das, ja. Ich frage mich auch oft, wie bei dieser Form der Erziehung, wie oft man da so in sich rein oder mal ein Grinsen verkneifen muss über die Banalität der Dinge, die für Kinder Bedürfnisse sind sozusagen. Ja, die Bedürfnisse sind ja tiefer liegend als das. Ja, klar, aber du weißt, was ich meine, weil da, ich weiß, also gesagt, ich glaube, ich finde das, manchmal würde ich mir denken, Papa, du nimmst mich gar nicht ernst oder sowas. Ich glaube, das würde ich sehr oft hören, ohne dass ich es. Also was ich mache, ich rolle meine Augen innerlich ganz oft. Du hast ja auch so ein Ersatzpaar, Augen, habe ich gehört. Ja, vielleicht. Aber, ja, also da muss ich manchmal echt aufpassen, dass das die Kinder niemals mitkriegen, weil ich will natürlich ihnen nicht das Gefühl geben, dass ich sie nicht ernst nehme. Das ist manchmal nicht so leicht. Aber ich glaube, das ist ja auch wichtig jetzt in dem, in dem Fall. Dass ich sie nicht ernst nehme, ja. Nee, nee, bei der Form der Erziehung ist es ja, glaube ich, ganz wichtig, dass, dass sie sich auch ernst genommen fühlen, weißt du, dann glaube ich, so, ja, wie sagt man, dass man sie nicht triggert, sondern dass du eben, wenn sie, wenn sie merken, dass sie sich ernst genommen fühlen, dann gibt es praktisch, geht es auf der Leiter zum Erfolg eins nach oben. Okay, aber bevor wir noch weiter abdriften, dieser Film, dieser Film und dieser Podcast hier, wir wollen ja irgendwas ergründen. Gibt es denn was, was wir ergründen können in diesem Film noch, was euch auf der Seele brennt? Ich glaube, ich habe alles gesagt und auch alles Wichtige damit gesagt, was es zum Film zu sagen gibt. Nein, Quatsch. Ja, schneide doch, wenn du den Podcast schneidest, kannst du ja alles, alle nur die Minuten, die Sekunden, in denen du gesprochen hast und dann ist der Podcast auch nur so fünf Minuten lang. Ich glaube, ich baue mir gerade einen richtig guten Ruf zusammen. Was geht hier heute ab? Das letzte Mal war ich wirr, heute verstehe ich nichts. Egal. Ich glaube, rückblickend kann man sagen, es ist schon ein etwas anderer Film, wie die wir sonst besprechen, weil ich finde, du kannst diesen Film auch komplett ansehen, ohne nicht zu fragen, was könnte dies und das bedeuten. So finde ich. Mal abgesehen, vielleicht ein bisschen von der Schlussszene. Es ist jetzt kein Burning. Ja, kein Film. Es ist kein Film, der sehr offen ist für Interpretationen. Natürlich, du kannst alles, interpretieren, was du willst. Du kannst auch interpretieren, deine, deinen letzten Stuhlgang, wie es der Kollege Rauscher gerne mal macht. Warum ist es Motörlila? Was soll das? Genau, genau. Es ist wieder mit meinem Stuhlgang. Aber ich finde, er ist halt trotzdem sehr interessant. Der ist natürlich auch kein, kein Blockbuster. Er ist kein, kein, ist er, ist er, ist er wirklich massentauglich, der Film? Ich glaube eher nicht. Ah, finde ich auch schwierig. Aber ich muss wirklich sagen, ich finde den so, ich fand den so toll erzählt. Das hat mir echt richtig Spaß gemacht. Muss ich hier nochmal, Dankeschön. Guck den an, The Florida Project. Kann man kaufen auf Prime, ausleihen für vier Euro. Ja, oder du hast Prime, dann ist er mit dabei. Wer hat schon Prime? Wer bestellt denn bei Amazon? Er ist nicht dabei, sagt Stuhl. ich bestelle bei Amazon, ich bin alte Schule, ich darf das. Ich hatte Prime, bevor die überhaupt Prime Video hatten. Da war Amazon noch gar nicht böse. Aber ich bin dorthin. Ähm, wie haben wir denn schon uns darüber unterhalten, welchen Film wir als nächstes besprechen wollen? Ich habe nur mich aus der Affäre gezogen und gesagt, ich weiß doch keine Filme. Ich dachte ja, ich für mich dachte ja, komm, jetzt lass mal die liebe Yoshi mal entscheiden, die liebe Schlöcker, weil, äh, bislang glaube ich wirklich nur ich und glaube ich einmal der Rauscher die Wahl hatten. Ähm, ich muss sagen, ich hatte auch keinen Film, bis ich vor fünf Minuten, äh, weil mir langweilig war, weil irgendjemand von euch hat geredet, ähm, so durch Internet gesurft bin, habe ich einen Film gefunden, den ich irgendwann mal auswählen möchte. Aber, ich will mich ja nicht schon wieder nach vorne drängeln, deswegen wäre ich natürlich auch offen für eure Vorschläge. Äh, der Max der Rauscher hat ja auch schon eingebracht und ich würde sagen, ich gucke sehr gerne neue Filme und, ähm, ich bin, ich finde das total in Ordnung, wenn ihr Filme sagt und ich kann dann kritisieren, warum habt ihr den ausgewählt? Finde ich super. So wie wenn man sagt, ich weiß nicht, Ich weiß nicht, was ich essen will. Eigentlich mit einem Nachnamen angesprochen von dir. Jetzt, wo, wo, wo sind wir denn überhaupt? Der Max. jegliche Form der, wie sagt man, äh, näher, wird hier über Bord geworfen, dieses Wort und kommt nie wieder. Entschuldigung, Max, ich habe dich nur so genannt, weil das du dich so genannt hast. Das kleine Schwein, das Rauscherlein. Leute, Leute. Ähm, wir haben jetzt von wertschätzender Kommunikation, wer schreibt denn da drüber? Zum Glück keiner von uns, wir haben keine Berührung damit hier, äh, wir behandeln uns, äh, wie die letzten Ärsche, so ist das auch richtig. Und, ich bin immer höflich, zu allen. Also, ich finde das völlig in Ordnung, wenn ihr die Filme aussucht, bis mir einer mal einfällt. Ich muss mal kurz gucken, ob es meinen aktuell überhaupt irgendwo zum Streamen gibt. Ich finde das ja immer doof, dann irgendwie extra Geld ausgeben zu müssen, wenn man, wenn man so einen Film guckt. Ich muss ungefähr jeden Film kaufen. Ich muss immer 4 Euro zahlen. Oh, sieh mal, meinen gibt es auf Netflix. Uh, oh, welcher ist das? Ich bin so aufgeregt. Seid ihr auch so aufgeregt? Also, Max hatte ja einen Film. Ich möchte jetzt nicht den Pick einfach durchsetzen und Max hat schon, sitzt das schon auf seinem Pick. Wer hat denn Burning ausgewählt? Max. Was? aber Florida Public has said to. Ich habe Burning ausgewählt? Okay. Okay, dann ist Max wieder dran. Ich weiß überhaupt nicht, dass von uns überhaupt irgendjemand was, was ich, wäre wieder dran. Ja, weil Florida Project ist so aufgewählt. also, bei meinen Dingsbums, ich werde halt das melancholische Mädchen irgendwann mal anschauen wollen. Was hast du es, Äh, ich hätte Bock nochmal The Green Knight zu sehen. Green Knight, oh ne. The Green Knight. Oh, 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 oh. Okay, da kotzt meine Augen schon bei dem Gedanken. Jetzt wird es melancholische Mädchen. Also, Green Knight ist optisch natürlich ein toller Film, aber der hat mich, und da können wir auch, ah, vielleicht lasse ich mich irgendwann nochmal dazu überzeugen, weil ich mit euch darüber sprechen will, aber der hat mich echt genervt, weil so viele Leute haben gesagt, das ist so ein guter Film, da habe ich mich angeschaut und dachte, oh ne, also fand ich jetzt gar nicht so. Okay, also das melancholische Mädchen jetzt ist dann die nächste Folge. Lustigerweise wusste ansonsten immer über Mystery-Interpretationen und heute über, äh, keine Ahnung, um was ging es heute überhaupt? Erziehungs, auch heute war ein Erziehungsratgeber. Das nächste Mal geht es um Politik und Gesellschaft. Ui, okay, dann, dann bin ich dann der 5-Minuten-Podcast-Zusammenschnitt. Ach, Bullshit, das habe ich jetzt einfach nur so gesagt. Okay, aber hierzu Green Knight nochmal, es passt gut in die Reihe auf jeden Fall. Ich muss nur überlegen, ob ich den noch gucken will. Und mit einem kurzen Mädchen weiß ich wie immer, ich weiß überhaupt gar nichts darüber, finde ich großartig. Wir sind jetzt in der türkisen Phase angekommen, nachdem Florida Project schön türkis war. Machen wir türkis weiter. Kurz und Frage, das mit einem kurzen Mädchen, ist das der Film, das ist ein deutscher Film von 2009? Das ist ein deutscher Film, ja. Okay. Uh, cool. Ja, nicht gut. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Okay, jetzt da moderiert er wieder plötzlich. Okay, alles klar. Egal, wir würden euch jetzt den Podcast anfangen. Um was geht's? Ich habe nicht so gehört. Alles klar. Ja dann, bis zum nächsten Mal. Drecklich drauf. Und Grüße an die beiden Jungs von Horror. Tschüss. 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 Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.